Ja, und herzlich willkommen zurück zu ReadyOrNot. Das letzte Mal habe ich ja ziemlich versagt, was den Callout und der Spinne anging. Äh, ne, tödliche Besessenheit, sorry. Das war ja das mit diesem former USIA-Innerlist. Und dieser Waldhütte. Ausgestattet bin ich ja schon, von daher starten wir gleich hinein. Und ich oder heute. Oder vielleicht doch eher mit Gas hinein. Ja, das habe ich. Doch. Dann ist alles eigentlich richtig ausgerüstet und dann können wir gleich starten. Mal schauen, ob es heute besser läuft. Das letzte Mal bin ich ja durch eine Explosion gestorben, weil ich eine Falle an der Tür übersehen habe. Die ich eigentlich im Vorhinein schon gesehen habe. Was ziemlich doof war. Ich weiss. Ähm, ja, von daher. Mal schauen, wie es heute läuft. Ich bin gespannt. Und hoffe, das Beste. So, da sind wir wieder. Kurz mal die Lage checken. Ich habe das Visier ja extra mitgenommen, da ich weiss, dass diese Map offener ist. Und man von hier auch eigentlich schon vielleicht Leute sehen könnte. Aber es sieht jetzt erst mal ruhig aus. Ne, das ist nix. Auch nix. Daher. Mal schauen. Die Idee, oben durchzugehen, also von oben reinzugehen, finde ich gut. Von unten ist man und wohl. Wir versuchen es noch mal auf diese Weise. Ich habe eine Tür gehört. Die Tür hier unten ist zu. Links sind Stimmen. Ich will es auch zu. Wir müssen vor allem aufpassen, wegen oben. Element. Das war eine Tür. Use das Schild. Beküche für die Tatsache. Ich will es. Bleu. Keine. Keine. All vem. Kann ich nicht mit der Türkei gehen, kann ich nicht mit der Türkei gehen, schaue ich. Okay, beide. Beide Türen sind gewired. Wie man sieht, habe ich die Spielernamen noch eingeschaltet, weil ich gerade erst im Multiplayer gespielt habe. Im Multiplayer ist es ein bisschen besser, wenn man weiss, wer wer ist. Und daher sieht man jetzt hier die Namen. Es ist ein bisschen doof, dass niemand Türkei dabei hat. Ich würde sagen, wir gehen lauter hinein. Eine Flash. Habe ich eine Flash dabei? Ich habe eine Flash. Okay, öffnen. Der ist Gas und ich werfe eine Flash hinein. Öffnen. 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 Gas, Gas, Gas. Droppe die Karte. LSD! Öffnen. 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 Ich habe nicht vergessen, dass es Fahnen gibt. Okay, Gas. Ich weiss nicht, ob Gas hier was bringt, wenn die auch Masken anhaben. Schwierig zu sagen. Zumindest hat er ja gehuschtet, von daher denke ich, dass das funktioniert. Schön die Peps desarmen. Lichtstick. Post up and cover the area. No problem. Okay, Blin kann man das jetzt sehen, es geht los. Shit. Hä? Stopp! Kann ich nicht sagen, dass sie zwei Sachen machen sollen? Ich hab jetzt hier Chaos, glaube ich. Kutze diese Bereich! No, no, no! Got it! Get on the ground, now! Go in! Hands up, now! Open it on the right. Police, down on the ground! Hands up, drop to your knees! Nothing here, sir. They're killing the device. Not the way, sir. We're all right. We're out. We're out. We're in the house. Hold there. Waiting. No, no, no. We're out. I need to go. kurz mal hier die lage checken sieht draußen alles gut aus red team das geht runter das ist doof kannst du bitte das shield einsetzen blue team there on the move watch the threshold watch that threshold move over there on my way was machst du safe no traps area clear all teams eyes on over there knowledge country smith hello ich will nicht sagen der soll einfach mitkommen there move there's the room for content for no provide cover moving out okay das ist ein bisschen weird ich kann dem nichts sagen der so zu mir kommt naja gut würde ich sagen gehen wir mit rot hinein öffnen mit der CS-Gas was machst du blau ich sehe absolut gar nichts blouse team 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 ok dann sieht hier eigentlich vorerst alles clear aus oh shit i'm trapped es ist alles ziemlich verwinkelt hier ok hier ist nix mehr die tür sollte ja theoretisch rausgehen ja gut dann ist das hier safe was müssen wir eigentlich machen gerards gott verhaften bringt sie auch noch in chaos so yeah erstmal kurz suchen und sichern vielleicht findet man ja noch irgendwelche hinweise die ich vielleicht uns übersehen würde sieht mir aber hier jetzt nicht so aus wer was what agent camera aim for their limbs side arm very weak cripple them rifles will not break their chest grenades bulletproof mask rapid ok we need agenda usa so und mich vielleicht manchmal auch ein bisschen besser umschauen weil man eben hier solche sachen finden kann und 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 Jetzt gehen die jetzt nach ganz vorne. Ne, natürlich nicht. Ihr macht das... Ja, sorry, ihr macht das kurz. Ich schau mir das Ganze hier nochmal kurz an. Vielleicht habe ich schon was übersehen. Police Officer. Alter. Ich schließe die Tür mal zur Sicherheit, dann hören wir was. They are in our head. Wir sind all ziemlich verrückt, wie es scheint. Alles gut. Alles gut bei dir. Vielleicht habe ich ja schon was übersehen, was ich nicht gesichert habe. Sonst fehlt uns das dann in der Ermittlung. Hier sind zum Beispiel Tapes, aber die kann man nicht sichern. Dann sieht das hier oben wohl jetzt gut aus. Die zwei Decken dort, alles. Satanic Orbital Fluid Extraction. What the fuck ist das alles hier? Vielleicht soll ich die Tür auch wieder zumachen? Nur falls jemand außen rumlaufen würde, hört man das. Aber gut, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu sichern. Ne, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu sichern. Eine tote Rate gibt es. Okay, da kann man auch hoch. Da hört auch die Tür zu. Äh, Blue Team, on my 6, please. Zum Glück habe ich die Fallen in Schärm. Ähm, einsetzen. Shield. Junge, ist dein Shield ein? Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Geht euch. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Hier ist alles gut. Geh auf, höre rein. Okay, dann stürmen wir mit C2 vielleicht. Blendgranate und ich werfen als erstes Gas rein. Okay, okay. Are you alright? Was ist das, Leute? Habt ihr jetzt den Faschen erledigt, Leute? Fuck. Habt ihr jetzt Gerard Scott getötet? Leute. Ihr habt Gerard Scott getötet. Junge. Gut, dass ihr den Fehler gemacht habt und nicht ich. Das... Das war jetzt doof. Das war echt doof von euch. Fuck. So, theoretisch ist jetzt die Mission gescheitert eigentlich. Und du steckst ein bisschen fest, wie es aussieht. Und du steckst ein bisschen fest, wie es aussieht. Das war jetzt echt doof von euch. Fucking hell. Und wo ist der jetzt eigentlich hin, der Typ? Wo ist der jetzt eigentlich hin, der Typ? Das war jetzt eigentlich. Ich bin doof. Ich bin doof. Na gut. Dann war es das halt, was aussieht. Bedächtige eliminiert konnten ich ... Ja, ich konnte nichts dafür. Ich habe zwar eine Gas-Grenade weiter in den Raum hinten geworfen, aber das hat nichts gebracht. Von daher war das der Co-Out. Geh mit dem Entry-Team. Das fahre. Schau ihn sicher und lass ihn hängen. Great job. Ja, Chair ist Gott verhaftet, fehlgeschlagen. No TD. Aber sonst nichts anderes falsch gemacht, wenigstens das. Nach Besprechung bei allen sieht es gut aus. Ich glaube nicht, dass ich sie dann erinnern muss, dass Teammitglieder, die einen Therapieplatz beim MPUD bekommen haben, nicht in allen Sätzen teilnehmen können. Das Netzstation ist ... Ja, gut. Dann zurück zum Hauptquartier. Doof. Echt doof. Schade. Und da ist jetzt können wir raus. Nachbesprechung. Sie haben einen neuen Offiziersplatz freigeschaltet. Neuer Einsatz verfügbar. I-den ... I-den ... I-den ... I-den ... I-den ... I-den ... Eine Aufruhrkontrolle Eigenschaft freigeschaltet. Okay, nice. Neue Eigenschaften. Jetzt können wir das erste Mal hier aus der ... ... ... Police Station raus. Da schau ich mich doch kurz mal ein bisschen hier um. Habe ich noch nie gesehen, dass Polizeiautos so gesichert sind, aber okay. Eine Bierkat. Nice. Sieht ziemlich schön aus hier. Keep your G's off the street and under your control. Don't let power outage stop you from getting your money. Cold, hard cash never crashes. Nice. Das ist auch ziemlich geil da vorne. Na, alles gut. Alright, dann ... ... würde ich mal ... ... vielleicht kurz ins Detect-Büro gehen. ... und in den Evidence ... ... Raum ... ... ist das Detect-Büro hier drüben. Ich kenn mich hier immer noch nicht aus. Chief ... ... Office. Hast du was zu sagen zu unserer schlechten Leistung? Chief Alvarez, please call switchboard. Chief Alvarez, please call switchboard. Jetzt sind ein paar neue Leute hier. Sieht so aus. Okay. Irgendwie fehlt mir ein bisschen so ... ... eine richtige Nachbesprechung, wenn ich ehrlich bin. Weil eigentlich haben wir ja eben jetzt was falsch gemacht. Was uns wahrscheinlich in den Ermittlungen theoretisch ... ... Zeit kosten würde. Weil wir ja ... ... Sherald Scott umgebracht haben, oder erschossen. ... ... was nicht so gut ist. Aber das fehlt mir ein bisschen. Aber ich geh trotzdem kurz mal hier unten schauen, ob wir jetzt irgendwie ... ... Evidence ... ... dazugekriegt haben. So was Neues meine ich natürlich. So was Neues meine ich natürlich. ... irgendwie nicht so aus. Oder ich hab's übersehen. Kann natürlich auch sein. Sind zwei Kisten. Hm. Ja, vielleicht hab ich's übersehen. Egal. Okay, dann würde ich sagen ... ... war's das mit dieser Folge von Ready or Not. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ... ... beim nächsten Callout. Tschüss. Tschüss. Somebody please help! Get back! You can still make it out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready? ... ...